Gute Neuigkeiten, Bro. Ich weiß jetzt, wie wir deine Körperteile wieder anbringen können. Kann ich nicht hören. Es ist eine einfache Operation und da bist du wieder ganz du selbst. Ich bleibe lieber krass cool, danke. Sekunde mal. Schlafwerfer! Entschuldige mich, ich bringe die Party zum Abheben. Abheben. Er muss irgendwie verstehen, dass das, was er mit seinem Körper angestellt hat, schrecklich ist. Oh! Hey Beast Boy, sieh mich an. Guck mal, wie stark ich jetzt geworden bin. Uh, Krebsscheren. So stark. Und zieh dir die Pferdehufe rein. Männlich genug für dich. Was hast du dir nur angetan, Cyborg? Ich erteile dir eine Lektion. Dir die Körperteile abzuschneiden und sie mit anderen Teilen zu ersetzen, ist einfach nicht cool. Was auch immer. Den eigenen Körper gesund zu halten, ist wichtiger als stark auszusehen, Mann. Ja, logisch. Bist du jetzt fertig? Ja, ich bin fertig. Ma, tut mir leid. Vielleicht hast du recht, Bro. Ich glaube, ich habe es in meinem Wahn von Stärke zu weit getrieben. Ich glaube, wir haben es beide etwas zu weit getrieben. Du siehst schon ziemlich stark aus. Das sieht stark aus? Du hast deinen Männerfaktor verfünffacht. Männerfaktor. Hey, was erhöht unseren Männerfaktor noch weiter? Das finden wir nur auf eine Weise raus. Montage Gewicht heben Angeln Grill Das war ja so männlich, Jo. So männlich. Jo, der Sonnenuntergang ist stark. Genau wie wir, Bro. Genau wie wir. Stark. Ich bin hier. Bez ihm. Ich bin hier. Das ist ein extremeses, das liebe ich. Ich bin hier. Das ist ein bisschen verrückt. Ich bin hier.